Hallo ihr Lieben, mein Name ist Stefan, ich bin 30 Jahre alt und seit 15 Jahren beschäftige ich mich mit der Veranstaltungstechnik. Ich habe inzwischen auch eine eigene Firma in diesem Gewerbe und die läuft eigentlich auch ganz gut. Ja, was mache ich hier? Ich habe mich inspirieren lassen von Fossi und seinem LR-Check.de und ich werde auch im Laufe der Zeit einige Beiträge in Sachen technischer Geräte rund um Veranstaltungstechnik werde ich hier rein posten. Es werden Gerätevorstellungen sein, es wird der ein oder andere Workshop wahrscheinlich dabei sein und verschiedene Grundlagen. Es wird nicht in die Richtung mobiler DJ gehen, sondern eben in die, ich sage jetzt mal, professionelle Veranstaltungstechnik allgemein. Schwerpunktthema wird sein die Tontechnik und dahingehend dann Bandtechnik, also alles was mit Bandabmischung zu tun hat und so weiter und so fort. Ja, das erste, womit ich anfangen werde, wird ein Video sein über ein Audio-Interface, das ich vor kurzem bekommen habe. Demnächst werde ich damit ein paar kleine Aufnahmen machen mit einer Blaskapelle, mit der Startkapelle Hausach, in der ich auch mitspiele. Da werde ich ein paar Aufnahmen machen für eine CD. Da werde ich es euch ein bisschen mitnehmen, wie das funktioniert, das Interface vorher kurz noch erklären und so weiter und so fort. Genau, das weiß ich noch nicht genau, wie ich es machen werde. Seid einfach gespannt und ich hoffe, es wird euch gefallen und ihr lernt dann auch was dabei. Also gut, dann bis bald.